so hallo meine lieben leute und willkommen zurück zu einer weiteren folge slender rifle ja so ich muss erstmal kurz meinen timer stellen so so er läuft maximal 15 bis 20 minuten mache ich wieder und ja warum ich heute kein facecam mache ja weil wegen dieses schrott ist mir gestern heruntergefallen und ja seitdem wird sie nicht mehr erkannt von meinem programm naja wollen wir mal fortfahren und ich habe auch bemerkt ich habe mir mal ein paar videos angeschaut von slender rifle und ja jetzt weiß ich warum ich nicht weiterkommen bin weil ich einfach zu blöd bin hier unten habe ich nämlich auch noch mal einen zettel gefunden hey kate it's been a while it's been a while spoke hasen was hasen it ach keine ahnung hope you es war alles zu schwer ups falsch laster so natürlich jetzt mal weiterlaufen hey niemand hier ja auf jeden fall ich habe mir ein video anguckt wo das spiel damals erst rausgekommen ist also die vollversion und da wenn ich hier hinter gelaufen bin in der damaligen vollversion ist eigentlich hier leider bildschirm aufgetaucht aber bei mir kann ich einfach weiterlaufen weil wegen ich hier lang muss und hier bin ich auch noch katze auch immer weg du störst gerade sehr ernsthaft um den Weg lang und lister bringt mir aber nicht gerade viel die denn nur und gut, etwas. Fasselblaze erupt at Oakside home, arson suspected. Oakside fire crew sailblaze at the south east home. Resulting in one death may be the result of arson. Fire broke out at home, located just east of Oakside lake at ... Ach, scheiß drauf, liest aufs selbe durch. Das muss ja eigentlich jetzt hier machen. Ich habe Strom angemacht, sehe ich gerade, aber ich weiß nicht, was ich machen muss. Jedermal, weiß ich es nicht. Ach so, so ein Zoom kann ich nicht mit E. So, ich darf einfach mal hier lang. Das tut mir wieder zu. Also auf jeden Fall, ne, geht's schon mal. Noch mehr Stromgeneratoren. Er hat Schlag gehört. Oder. Stimmung. So. Das. 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 Ich dachte schon, das wäre jetzt in der Ferne. Wir sehen, ob hier in der Nähe vielleicht auch ein Zettel ist oder so. Oder ein Bild oder irgendwas. Ich will nicht nichts übersehen unbedingt. Das wäre eine Schande für mich. Hier ist nichts. Hier gehts drüber. Ich laufe einfach mal einen Weg hier weiter. Vielleicht passiert hier was interessantes. Oh, da kommt ein Laden durch. Ich habe Angst. Ich habe eindeutig Angst. Ich muss bestimmt auch noch da rein in die Hütte. Hallo? Hallo? Ich kriege die ganze Zeit Taschen. Wird wieder immer schwächer. Aber... Kann ich nicht zumachen, die Tür. Och, Manu. Oh! E.T.F. Ich kriege die Fahnen. Hallo? WAAAH! Oh! Alter so ein scheiß Vieh Nein, ich gehe nicht raus Uh, ein Bild Zum Glück habe ich das nicht übersehen Nein, weh, die Vieh taucht nochmal auf Ah, dann drehe ich durch Aber wie Wieso sehe ich jetzt auf einmal Familien Ah, ich sehe jetzt kommen Hier kommt gleich was What's wrong with this place Why did this happen to us No answers Anywhere I look Am I crazy These things I see at night I don't know what to think Ever since Charlie disappeared And Diane left I must have hit a breaking point I still keep looking I still here I still near him Ach, keine Ahnung Sometimes that cute little laugh But he's been gone Nine years Why does every day have to hurt so much Geh weg Geh weeg Piss mir jetzt schnell an Oh Endlich hier draußen Endlich So Also Das sind echt geniale Schockmomente Wenn es selbst noch weiter geht Einer Ich geh da nicht nochmal rein Das könnt ihr vergessen Das könnt ihr streichen von der Liste Ah, da liegt noch was Nein, wie gesagt Der ist euch selber durch Sonst darf das Video zu lange Wenn ich lese Was ist denn die irgendwo in der Nähe Was ist denn die irgendwo in der Nähe Nö Er mag mich nicht 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 Er mag ha 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 Mich nicht Gibt die noch irgendwo was? Komm, die komm ich überhaupt hier weiter Das ist jetzt die Frage Nee, ich dich das jetzt nochmal in dieses scheiß Haus rein muss Ich hab keinen Bock Dann mal da rein zu müssen Ich darf einfach mal hier oben lang Oh, hier gibt's noch mehr Häuser Och, Mann Ich fühl mich so verarscht Mann, oh East Nee, Oakside Park Nein, rein kann ich schonmal nicht Ne, außenrum geht's auch Ach, hier Muss ich hier irgendwo Außen Ich tue es einfach So, jetzt bin ich hier Vorsichtig hier rein Scheiß Lampe He came for me Why didn't I listen He was right Scheiß Was? He said this would happen Help me Need C-R Well, C-R Keine Ahnung He knows how to end this Come fight me Don't let me in Ich dachte jetzt schon Meine Fresse Alter Ach, jetzt ist das mein Prolog zu Ende Guck mal in die Mauten So Das ist noch ein Autobildschirm Die Farbe haben sie krass verändert Ich bin nicht an einem See So sind die Farben jetzt so anders auf einmal Hey Die sind so verändert irgendwie Ich weiß nicht, wenn ich ins Wasser gehe Oh, geht nicht Schade Ich dachte, ich hätte trinken So Ist hier irgendwo was Bestimmtes Okay, klar, can you wing rules First, personal rotation devices PDFs must be worn all time At all times while in the water Second, do not cross the line floats into the designated swimming areas Third, reflective gear should be worn if canoing at night Fourth, do not interact with any and all marine life PFDs are viable at the rental shake Ach, immer drück ich Escape aus Gewohnheit Oh, das Geräusche Das macht mich ganz wuschig Was will ich jetzt hier lang? Oh, ein Zelt Oh nee, ich will nicht im Wald Don't Oh Was ist, was ist, was ist Nein, bitte nicht Auch hier muss 8 Seiten finden Fick dich doch einfach, weißt du Ich geh schwimmen Ich geh ertrinken Nein Ab hier Ende ich den Part Und werde das nächste Mal auch hier wieder fortsetzen Wenn wir hier die 8 Seiten finden Und wir werden sehen, was uns im Wald erwartet Ich hoffe, es hat euch gefallen Dann bis zum nächsten Mal, Leute Ciao